Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Wir sind hier immer noch zusammen mit Vernon Roche im Kerker und ich hoffe, er klappt unsere Geschichte zumindest so weit, dass er uns etwas hilft. Weil ich glaube, von alleine kommt selbst Geralt hier nicht unbeschadet raus. Also, unternimm was! Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was, der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Er sah doch nur aus wie ein Mönch. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Ja. Aber ja, er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Glaubst du uns? Bitte, glaub uns. Also mir. Oder Geralt, wem auch immer. Hauptsache, du glaubst die Geschichte. Ich vertraue dir nämlich. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Oh. Natürlich würde ich den Mörder suchen. Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfen-Grüppchen sogar. Warum? Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorwets, Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Juhu. Es wird immer besser. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Wes? Zuckerpüppchen. Etwas zu trinken. Was? Bring was zu trinken. Und zwar hotig. Wir haben Durst. Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Wieso? Was kann ich dafür? Habe ich den König ermordet? Nein. Aber okay. Er hat versaut. Er hat ihn nicht bewacht. Danke. Ich denke, dieser Fehler passiert ihm nicht zweimal. Geralt ist dafür zu clever. Ich meine, der Kerl ist 100 Jahre alt. Er hat doch ein bisschen was auf dem Buckel. Also, Geralt, ähm, ich weiß. Wir können Vernon, glaube ich, bestimmt vertrauen an dieser Wes. Ich weiß nicht. Was ist, wenn das Zeug vergiftet ist und, äh, ja, egal. Ach, da fällt mir ein. Genau. Hexer sind ja immun gegen jede Art von Vergiftung und so weiter. Stimmt ja. Ach, der kann, glaube ich, alles in seinem Leben trinken. Ja, was bringt mir das? Das ist doch nur der aktuelle Kram. Über Volltests Tod? Eher über Geralts Tod. Was? Ein Bericht über Ereignisse vor fünf Jahren. Eine Verbindung zur Vergangenheit. Endlich. Endlich haben wir mal was in der Hand. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gehofft, dass wir dieses Spiel endlich mal ein bisschen mehr über Früher erfahren. Riva. Eine Stadt mit 1.234 Einwohnern. Was für eine hübsche Zahl. 253 davon sind Anderlinge. Also Hexen, äh, Zwerge und Elben. Am 21. September 1268 gibt es ein Pogrom. Ein Massaker. Oh. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. Na, wer wohl. Ganz schön selbstmörderisch. 76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und drei Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Yennefer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer rettet. Nein. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Na, ich lebe auch. Und die Zauberin? Riva. Yennefer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Na, endlich. Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Aber immerhin, das ist ein Anfang. Darauf können wir aufbauen. Wes? Yes. Oh, ich liebe dieses Spiel, Leute. Ich liebe es. Verhör beendet. Fessle ihn. Ich meine, so muss man eine Geschichte heutzutage doch inszenieren. Das ist doch fantastisch. Den Schlüssel. Okay. Anscheinend weint er sie gar nicht ein. Obwohl, vielleicht später. Wer weiß. Morgen segeln wir los. Yay. Er vertraut uns. Die Wache holt dich in fünf Minuten. Okay. Is. Kannst du es brauchen. Okay, Buddy. Wir sind Freunde. Bleib so cool. Und behalte vor allem deine coolen Klamotten. Die würde ich mir gerne mal ausleihen. Ja, komm, Gerald. Schnapp dir den Schlüssel. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Also, ist schon klar, wie wir rauskommen, oder? Das kriegen wir hin. Noch gestern. Haben sie ihn als Helden auf Händen getragen? Kein Wunder. Ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern. Pfiff sein Schwert so schnell. Ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gefiert halten. Jetzt kriege ich meine Rache. Endlich. Provoziere die Werte. Ah, dich selbst befreien oder provozieren. Ich glaube, provozieren ist cleverer. Ihr Penner, ihr seid so dran. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und vor allem, ich kann mich endlich bei den Rechen und... Aber was passiert in Zukunft? Ich meine, jeder kennt doch... Jeder wird ihn doch erkennen und wissen, was er als Königsmörder gesucht wird. Ach, egal. Erstmal müssen wir hier rauskommen. So. Rache, Jungs. Rache. Komm doch mal her, guter Mann. Was soll das Geschrei? Willst du, dass wir dir das Maul stopfen? Ha, ha, ha. Ohne dieses Gitter würdest du die Klappe nicht so aufreißen. Ach, wollen wir doch mal sehen. Das wirst du noch bereuen. Ha, ha. Ach, das ging aber leicht. Ich dachte, er hält ein bisschen mehr aus. Wow. Und jetzt? Ist das so ein Quicktime-Kampf? Ja. Hey, geh halt. Ja, mach ihn fertig. Okay. So locken die Feustkämpfe jetzt also ab. Auch nicht schlecht. Gefällt mir. D. Ja. Yeah. Ha, ha. Der weiß gar nicht, was ihm geschieht. Yes. Ganz ehrlich, Geralt. Wenn es nach mir ginge, könntest du dich auch töten. Hätte ich kein Problem mit. Gut. Hier ist wieder ein Questgegenstand. Ein Gefängnisschlüssel. Apropos Gefängnisschlüssel. Habe ich überhaupt noch Sachen? Wow. Eine Hose. Und einen Trank. Und den Schlüssel. Nein. Das ist nicht viel. Aber irgendwo in dieser Burg werden sich wohl meine Sachen finden lassen. Ich gehe mal einfach von aus. Unsere Meter Jungen haben die uns nicht mal weggenommen. Die sind echt schön blöd. Ah, ja. Yeah. Schon mal ein paar Sachen. Ein kleiner Knüppel. Ach, besser als nicht. Das hat er für Werte. Sehr wenig Schaden, aber lähmen plus 15%. Das ist gut. Weil wenn ein Gegner gelähmt ist, das kann ich zum Beispiel auch mit dem Art-Zeichen erreichen. Ihr wisst schon, Art dieses, ähm, wie bei Star Wars, die macht, wenn man etwas wegschiebt. Boom. So ein Schub. So ein Luftschub. Und wenn man die gelähmt hat, kann man, dann sind die gelähmt. Und wenn man dann eine der beiden Maustasten drückt, wird er sofort getürt mit einem dicken Finishing-Move. Und bei mir könnt ihr auch ein paar der schönen Finishing-Move sehen, die ihr bei anderen vielleicht nicht sehen könnt, weil ich habe ja das Spiel bei Amazon bestellt. Da gab es als Vorbesteller-Code dieses Finisher-Pack noch dazu. Dadurch habe ich irgendwie zwei Animationen mehr im Spiel. Nette, nette Dreingabe. Abgenutzte Lederhandschuhe und Rune des Mondes. Eine Schwertaufwertung. Bonus zum Zeichenschaden plus 4. Okay. Ich gucke mich hier am besten immer schön gründlich um, weil ich will nichts verlieren. Also ich will nichts übersehen, meine ich. Entschuldigt. Schleichen. Jetzt bist du im Schleichmodus. Meine illuminierte Bereiche. Hinweis, du kannst Wachen betäuben, indem du dich anschleichst und dann rechte Maustaste drückst. Aha. Das müssen wir doch mal ausprobieren. Hä? Was war dann? Kann ich jetzt nicht ausmachen? Aus. Aus. Okay, das hat mir nicht geklappt. Du Anderling. Na. Tch. Mehr hast du nicht drauf? Ha. Ausgeblichen. Das hast du davon. Aber warte mal. Mir fällt gerade auf, dass da oben so ein kleines blaues Plus neben meiner Energieleiste steht. Das will ich doch mal prüfen, ob ich ein Level aufsteige. Ja, ich bin ein Level aufgestiegen. Yee. Gut. Was nehme ich als nächstes? Ähm. Hm. Hm. Ich weiß es gar nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Tapferkeit. Parieren. Ich nehme mal Parieren. Schaltet Fähigkeit frei, Schläge aus allen Richtungen zu parieren. Finde ich gut. Aber mir geht es vor allem um Tapferkeit. Ich möchte nämlich die Energierenigration im Kampf erhöhen. Finde ich. Klingt für mich zumindest praktisch. Also. Moment. Ich gucke mal, ob ich vielleicht ein neues Merkmal bekommen habe und ich habe es nicht mitbekommen. Ah, hier ist das Neckar. Ah, das Monsterwissen. Das wird hier also aufgesammelt. Okay. Fertigkeit Level 3 von 3. Okay. Und hier Axie-Zeichen. Das habe ich schon zweimal eingesetzt. Daher ist es auf Level 2. Illusionist. Illusionist. Zeichenschaden plus 3. Und immer noch Meuchelmörder. Dank, äh, ja. Dem Assassin's Creed-Verschnitt, der da irgendwo am Boden rum lag. Finden wir hier noch irgendein Kram. Ja. Handwerkssachen. Licht aus. Ja, mich darf keiner sehen. Denn ich bin's. Sam Fischer. Und ich bin eine ganz üble Sau. Licht aus. Komm schon, komm schon. Hey, Grünschnabel, geh mich mit. Ha, ha, ha. Na, tat das weh? Hey, Ruhe. Der Neue verpisst sich. Das darf wahr sein. Ich erwirg den Kackarsch. Du hattest noch eine Karte vom Gefängnisbegriff. Hä, was ist denn hier los? Wir haben ja komische Gespräche. Und ich kann trotzdem mehr an Sachen aufheben, obwohl ich die so erledigt habe. Das finde ich gut. Ah, durch die Pfützen laufe ich mal besser nicht. Das könnte er hören. Ne, man will ja auf Nummer sicher gehen. Verdammt, wie hat er gesehen? Egal. Das wird ihn auch nicht retten. Seht ihr ein Finishing? Wow. Das hat Stil. Da haben wir gerade einen klitzekleinen Bug gehört. Habt ihr vielleicht gesehen. Oh, zwei Wärter. Ah, das wird doch gar nicht helfen. Ah, okay. Oh, das tat bestimmt weh. Sehr gut. Und seht ihr bei so kleinen Kämpfen, ich finde fast, dass man an diesen Kämpfen besser lernen kann, wie man richtig kämpft. Weil im Prolog war es teilweise doch etwas sehr happig. Also ich fand, ich hab da echt Respekt vor gehabt. Schlüssel zum oberen Kerker. Okay. Bestimmt da, aber was ist das da? Das ist irgendeine Tür. Vielleicht müssen wir da auch noch einen Schlüssel für finden. Das ist ein Eisenerz. Die Pfützen leuchten auch. Wahrscheinlich, damit ich die erkenne, dass die Geräusche machen. Ah, ist doch nett. Liegt hier noch was rum. Ketten und Fesseln. Was kann ich denn damit anstellen? Fesseln. Gerümpel. Ach so, das kann ich bloß Gewinn bringen per Schachern. Und Ketten genauso. Okay. Du musst nicht die ganze Zeit so schleichen, Gerald. Obwohl, warum... Warum ist das da rot? Da ist doch gar keiner. Oder? Nee. Ich glaub, manchmal hat das Spiel noch leichte Anzeige-Bugs auf der Minimap. Komisch, komisch. Kann ich diese Tür jetzt öffnen? Schlüssel erforderlich. Okay. Nicht mach ich lang. Hey. Ja, genau. Warum hat der mich jetzt gemerkt? Egal. Verdammt. Ah. Das tat weh. Das kickst du zurück. Nein, nicht wegstecken. Ich wollte dir mein Zeichen verpassen. Und die Treppe runter. Ah, schade. Nicht ganz geklappt. Hauptsache, du bist tot. Das ist die Hauptsache. Hab ich meine Ruhe. Du hast nichts fallen lassen. Nein, hier gibt's auch nichts. Noch ein bisschen Sachen. Halt die Klappe. Ich mache, was du willst. Sofort bieten sich Frauen an. War ja klar. Das ist typisch. Du dreckiger Wicht! Okay, den habe ich gerade auch in der Zeit erledigt. Denn leider ist die Zeit schon wieder abgelaufen. Wir treffen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Plays Blinter Cell. Äh, Witcher 2 natürlich. Mein Name ist Alex. Bis dann!